so gibt es eine schöne schmackhafte blink beiden dalien von funke die zünden wir jetzt schön geschmeidig wünsche euch viel spaß damit kann man die ohne sicherung zünden stefan ja oder die funke besser als nichts und ihr erst die raketen zünden oder ja ich muss warten es gibt es erstmal viel glück raketen noch zum einstieg schön und jetzt gibt es die schöne funkenweide blink weiden da viel spaß damit wunderschön wunderschön so blinkenweide blinkenweide blau von funke ja 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 Sau geil. Mega geil. Da oben geht. Ja, mega geil. Ja, nice. Und jetzt hat Agento welche? Mephistos. Ja, Mephisto. Mephisto. Agento Mephisto, kleine 13 Schuss. Ja genau, hat er die. Ähnlich von der Größe wie eine Palms oder so von Leslie. Ich bin sie aber mal weg. Sehr schön. Sehr geil. Sehr schön. Okay, wir zünden jetzt hier. Als nächstes die Brocade Scala Z. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Los geht's. Viel Spaß. Beide Seite. Echt? Zweizeitig. Ja! Oh mein Gott! Ich dachte, ich seh die Geissensflüge dieses Jahr gar nicht mehr. Das war ein leichter Geissensflüge. So, doppelschlag! Abwärts! Boah, das Gold! Ja, lol! Edel! Fett Edel! Fett Edel!